This is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without A woman or a girl Sieht das schwul aus wenn ich so sehe Nein gar nicht Und dann war ich dabei real drin Ist so Egal Was? Ich weiß nicht ob das geht Ja also da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge Guter Geschichten aber ich glaube auch eine Menge Geschichten die man nicht unbedingt erwähnen sollte Ja Ja Wie nid Wie viel Fleischstisch kriegt ihr da rein? In den Bad? Ja 14 Kein Scheiß Aber müsstest du eigentlich auch schaffen Weiß ich nicht ich muss ja nach Ikea Ja 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 Ich hab gehört die Frauen finde ich alle ganz potzig Da hab ich noch nichts von gehört Auf keinen Fall Digga Ja aber sonst zwischen den Zähnen sagt man hier ganz normal Ja und dann war dran und dann Ja und der jetzt Oh mein toller Adapter Der darf nicht kaputt gehen hier Und der darf nicht ins Bild Entschuldigung Ja Eis Eis Baby Die Die Eis Eis Baby Wie kommt denn? RTL? Ja auf RTL Twigasofts und du schmeißt dich weg wenn du die Typen siehst Die die mal wieder ausgegraben haben Das lohnt sich Das lohnt sich so geil du bist irgendwie so lebende Telefonlektikon oder so Du hast ab 1945 RTL Aber ich weiß gar nicht wie spät es jetzt war eigentlich Dann, ja, die Proben unproduktiv werden und neue Lieder zu üben ist auch ziemlich wichtig. Ja, und ja, und sowas. Keine Ahnung, ist halt, ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Knimper, knimper, klar. Der knuspert an meinem... Ja, der knuspert an meinem Oldhof. Oha, 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 oha. Du sprichst noch zum Montag. Hab ich, glaube ich, gestern schon gehört, oder? Ja, ich weiß es, als ich mir jeden Tag zugleich. Das ist ein Manns-Word. Das ist ein Manns-Word. Das ist ein Manns-Word. Aber es wäre nichts, nichts, ohne eine Frau oder eine Frau. Bin bun, Talei. Du. Das ist ein Manns-Word. Bis zum nächsten Mal.